Der Mind ist Was sind die Charaktere, die Qualitäten, die Stärken? Der Mind ist Creator, Schöpfer, Creator Das ist sehr wahr, nicht wahr? Der Mind ist Creator Das ist jetzt mal echt schwierig Es ist nicht der, der Creator Der Mind ist ja kreiert Wer möchte, dass der Mind ist der Creator? Das ist was er sagte Nein, der Creator oder der Creator? Der Creator Ein Schöpfer Ein Schöpfer, der Creator Der Schöpfer hat Mind kreiert Und dann wird Mind sein eigener Schöpfer Und er kann zum Beispiel Drama kreieren Kreiert die Kategorien Kreiert die Filter Kreiert die Unterhaltung für sich selbst Kreiert die Programme Kreiert ganz viel Aber sieht er die Realität? Und kreiert er in Ausrichtung mit dem Schöpfer? Oder in Opposition zu ihm? Nicht bewusst Aber aus der Ignoranz heraus Es ist auch ein Sammler Er sammelt Informationen Und dann kreiert er eine Fantasie Wo er dran glaubt, das wäre echt Das nennen wir Projektionen Und Glaubenssätze Ich glaube, dass ich so und so bin Der Mind wird nicht sagen Ich glaube, das könnte so und so sein Der Mind sagt Es ist so Aber wenn du dann sagst Also bitte schön Dann erklär mir mal genau warum Und wie es genau so ist Dann werden wir feststellen Dass der Mind überwiegend auf Hypothesen basiert Auf Theorien Auf Schlussfolgerungen Die keine Grundlage haben Und Schlussfolgerungen Die ohne Fundament sind Einfach nur Fantasien Und von daher ist Mind wirklich einer der Dinge kreiert Aber keine Realität Der Mind ist ein Kontrolleur Das haben wir schon gehört Aber das Einzige, wo er wirklich Kontrolle darüber hat Sind seine eigenen Illusionen Und? Sind das gute Nachrichten? Ist der Mind fröhlich darüber? So, ja Ich habe eine Frage Ich habe eine Frage Du sagst, dass Mind keine Realität Genau Wie ist das? Mind Mind Virtual Realität Okay Das ist besser Mehr klar für dich Ja, danke Der Mind kreiert virtuelle Realitäten Genau Der Mind kreiert nicht die Realität Aber er kreiert virtuelle Realitäten Der Mind kreiert nicht die Realität Das ist eine große Illusion des New Age Das ist eine große Illusion des New Age Ich kreiere meine eigene Realität Und deine eigene Realität ist definitiv nicht Realität Deine eigene Realität ist 100%ig Es ist eine virtuelle Realität Keine Realität Es ist eine virtuelle Es gibt eine Realität, von der du kreiert worden bist Und diese Realität ist A-Sach to A-Sach to God-Sach Weil die gibt es schon längst Und es wird sie geben noch lange nachdem du kreiert worden bist Diese Realität gab dir deinen Mind Und das ist die sich immer weiter fortführende Realität Und diese Realität wird deinen Mind absorbieren Dein Mind ist nichts als ein temporäres Werkzeug Von der Realität kreiert Die Realität braucht nicht deinen Mind, um das zu kreieren Also kannst du nicht sagen, mein Mind kreiert Realität Dein Mind kreiert deine virtuelle Realität Nicht mehr Es kann total überzeugend sein Es kann so viele Schichten übereinander haben Es kann so dicht sein Dass es so aussieht, als wäre das die einzige Realität, die es nur geben könnte Aber es ist nicht die einzige Realität Aber es ist nicht die einzige Realität Es war niemals und es wird niemals gesehen Und wenn wir sagen Es ist nicht die einzige Realität Wir sind sogar in Gefahr hier Es gibt multiple Realitäten Nein, Realität ist Realität Nein, Realität ist Realität Ich, 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 ich Art such to God such Realität, 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 Realität There is only one Realität Art such to God such Es gibt nur diese eine Realität Es gibt keine multiplen Realitäten Alles, was auf die Relativität passiert Ist nur relativ Ist nur relativ Und deswegen ist es zeitlich Es ist von Zeit und Raum dominiert Und es ist nicht unendlich Okay, es hat keine ultimative Realität Und es hat keine vollständige Ultimative Realität Eine vollständige ultimative Realität Okay Therefore we will be wise if we will call it virtual Deswegen sind wir weise, wenn wir es lieber Wert nennen So, you know, you are very welcome to claim that space for yourself in my virtual reality In my relative reality In my relative reality You can even combine that together In my relative and virtual reality In my relative and virtual reality You are very welcome to that Dafür hat so man sich eingeladen Aber understand, it is yours and only yours Aber das ist alles nur deins und nur deins And it is nobody else's But understand, it is yours and only yours And it is nobody else's And nobody has any obligation Towards your relative and virtual reality And nobody has any obligation Und die anderen haben keine Obligation Verpflichtung sich mit deiner Realität Verpflichtung sich mit deiner Realität Heiz zu sein You have no right to demand that anybody should comply with your virtual and relative reality Und du hast nicht das Recht An irgendjemanden heranzutreten Und denjenigen dazu zu sagen Er soll sich verbinden mit dieser Realität Von dir Und du kannst auch nicht erwarten Du hast auch nicht das Recht diese Realität auf jemand anderen drauf zu bringen Du kannst deine eigene Realität formulieren Und meine relative and virtual reality this is how it looks Okay This right you have Du hast das Recht deine zu deklarieren Deine Wahrheit Und ich habe die volle Freiheit das interessant zu finden oder uninteressant Es kommt mir gerade so in den Sinn Gibt es Wahrheit und ist es jetzt wirkliche Realität oder ist es ein Wert Lass uns davon ausgehen dass die Wahrheit Realität und das Gleiche sind Alles was ich hier über Realität sage sage ich auch über Wahrheit Deine virtuelle Wahrheit Du kannst sie nur haben, weil Du kannst es nur haben, weil hinter dir ein unendlicher Hintergrund von unendlicher Wahrheit ist Über das wir wirklich gar nichts wissen Über das wir wirklich gar nichts wissen Good Hello I think I lost Yeah, somewhere I got lost So The truth, we have the personal the unpersonal and the universal truth Wir haben die persönliche, die unpersönliche und die universelle Wahrheit The way Yogi Bhajan described it Yogi Bhajan hat es anders beschrieben Personelle, persönliche Wahrheit Die sich nur auf deine, auf dich bezieht Then he said circumstantial Not impersonal, the word is circumstantial truth Dann die Wahrheit aus der, aus dem, aus dem, aus der Umgebung And that is linked to context, environmental context Und diese Wahrheit ist, bezieht sich auf die, auf den Zusammenhang Und dann gibt es noch die universelle Wahrheit Er hat es nicht für nötig befunden, zu dem Zeitpunkt in die Tiefe zu gehen Aber er hat uns damit herausgefordert In unserer persönlichen Wahrheit Can the circumstantial truth line up to the universal truth Hold it Er hat uns herausgefordert, unsere persönliche Wahrheit mit der Wahrheit aus dem, aus der Umgebung mit der universellen Wahrheit in eine Linie zu bringen Was dir sagt, dass es nur eine Wahrheit gibt, die sich nicht verändert Und alles andere ist relativ und Werte So it's not to aim, but it's to end Okay, in the end it is Just a question Is it in the end Is your truth and our truth and the truth the same truth? Well, after what you suppose or suggest or describe That's what it should be Could be Might be Okay, are you clear? Okay, thank you Yes, anything else? Mind is Yes, yes Yes, anything else? Yes, anything else? Yes, anything else? Yes, sir Thank you Yes, thank you Yes, thank you